das Gesamte als Prozess zu sehen ist. Also sowohl im Sport als auch im Unternehmen oder als Führungskraft, wie auch immer, geht es ja nicht darum, dass ich in eine neue Position komme und dann, also das ist jetzt nämlich der Aufhänger, passt sogar sehr gut, fällt mir jetzt gerade ein, weil dann haben wir nämlich genau dieses Problem, was wir am Anfang beschrieben haben mit dem Trainer, nämlich er ist reingekommen in diese Position und hat qua seiner Rolle die Annahme und quasi sein Auftreten so gelegt, dass er ja der Cheftrainer ist. Und das war der absolut falsche Zugang schon damals, weil so läuft das nicht, das ist ein Prozess. Das sind alles Dinge, über die wir sprechen. Es geht um Beziehungen aufbauen, es geht um Verantwortung übernehmen, es geht um Verantwortung geben, es geht um noch viele andere Dinge, die wir alle auf der Liste haben mit irgendwie Ziele setzen, Teambuilding und so weiter und so fort, da werden wir sicher oft genug noch drüber sprechen, aber das ist ja ein Prozess. Das heißt, ich komme rein, ich sozusagen appreciate erst einmal, dass ich diese Möglichkeit bekomme, tatsächlich in einer verantwortungsvollen Rolle zu sein und zeige dafür auch ein bisschen eben Humility und Appreciation und gehe nicht da rein und sage, ja, hey, ich bin Cheftrainer, du machst das, du machst das, auf geht's und weiter geht's. Sondern es ist ein Prozess. Ich muss alle kennenlernen, ich muss verstehen, wie sie bisher gearbeitet haben, da muss ich langsam überlegen, wie bringe ich meine eigenen Arbeitsprozesse rein, wie gebe ich Verantwortung an bestimmte Einzelpersonen, wie mache ich mich verständlich, wie kommuniziere ich und dann komme ich viel eher und quasi in Klammer, wenn ich das dann auch authentisch mache, dann bin ich sowieso der Sieger am Ende, weil dann lernen mich die Menschen so kennen, wie ich bin und nicht erst hintenrum, wo, ich weiß gar nicht, ob wir das bei den One-on-One-Gesprächen damals irgendwie herausgehoben haben, aber die funktionieren halt nur, wenn man authentisch ist von beiden Seiten, also sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeitenden müssen in einem Umfeld sein, wo sie sich selbst sein können, also wo sie einfach diese Authentizität von beiden Seiten haben können. Deswegen will man ja eben dieses One-on-One-Gespräch so gestalten, dass zuerst die Mitarbeitenden mal sich sozusagen entfalten können mit ihren sozusagen Problemen im Team oder mit der Arbeit und dann entsteht natürlich eine ganz andere Beziehung und dann, wenn alles authentisch quasi entwickelt wird, ist das mit der Verantwortung übernehmen und geben, ist ja dann auch viel einfacher und das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass man da einfach versteht, dass das ein Prozess ist, das ist ein Kennenlernprozess von A bis Z. Ich muss mich selber kennenlernen in der Rolle, ich muss meine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen in der Rolle, ich muss mein Team, mein Unternehmen kennenlernen, meine Produkte kennenlernen, also das ist ja, Kennenlernprozess ist so für mich das wesentliche Stichwort bei dem.